Hallo und herzlich willkommen zum Community Let's Play Supremacy 1914. Wir starten im Bereich Arabien, Ägypten. Also Ägypten wird jetzt langsam ein bisschen kleiner. Westlibyen hat es jetzt geschafft hier unten noch Al-Avanat zu erobern und Kofra. Dann ist Ost-Algerien und Westlibyen dabei sich um Siva zu kümmern. Ich denke mal, dass dann entsprechend demnächst auch Tobruk fallen wird. Benghazi wird dann demnächst fallen und das wird dann hier hinten weitergehen. Arabien sammelt sich hier unten an seiner Grenze in Jerusalem. Ein bisschen was steht in Port Said. Das Osmanische Reich kommt da auch noch mit ein paar Truppen hin, um da ein wenig zu unterstützen. Also da ist sehr viel Bewegung momentan. Derzeit geht es halt in Richtung Rotes Meer. Mal gucken, ob die da drüben dann noch schaffen, Westlibyen und Ost-Algerien aufzuhalten. Gehen wir mal weiter in den Westen. Dann haben wir ja Marokko, Spanien und so weiter und so fort. Wie wir sehen, lösen sich die spanischen Provinzen langsam immer mehr auf. Er hat nur noch zwei. Der Rest ist alles zurückgegeben an West-Algerien. Er kann sich dadurch natürlich wieder halbwegs erholen, kann auch wieder Truppen ansammeln. Der Krieg gegen französische Westafrika ist ja gestern bereits beendet worden. Noch gibt es hier ein paar Moralprobleme. Und dann werden wir mal gucken, wie sich hier Marokko, West-Algerien, Spanien verhalten, wo es dann eventuell weitergehen soll. Oder auf wen die eventuell warten. Wir wissen ja, dass ja die südlichen USA hier noch Spionagetruppen von A nach B zieht, überall um zu gucken. Ich weiß nicht, wo die dann hinwollen oder gegen wen die dann stänkern wollen. Aber wenn man sich hier schon die Positionierung anguckt, lässt es die Vermutung sehr, sehr stark hochkommen, dass sich Amerika auch aufgrund seiner eigenen Truppenbewegung Richtung Marokko bewegen möchte. Die sammeln sich in Teilen ja alle hier unten in der südlichen USA. Kanada ist ja hier auch in Teilen unterwegs. Na gut, jetzt hat er sich das wieder überlegt und geht wieder zurück. Na gut, dann eben nicht. Also manche spielen hier echt ein bisschen Transportstreikunen, ne? Hinten und her und hinten und her und hinten und her. Ja, in Amerika lässt sich ansonsten auch ehrlich gesagt nicht viel sagen, ne? Die machen halt viel Rüstungsproduktion, bauen halt auch Fabriken und andere Sachen aus. Das Einzige, was hier hinten in Amerika noch los ist, ist, dass die nördlichen USA gegen Neufundland Krieg führt. Das sind dann aber auch nur Stunden, um die es sich handelt und dann fällt da oben die letzte Provinz auch. So, Großbritannien verlagert noch weiter Truppen. In erster Linie halt hier oben Richtung Amsterdam und Co. Zieht ja auch von ganz oben noch Truppen nach und nimmt hier ein bisschen Verteidigungsposition in Irland ein. Dann ist ja Frankreich und Großbritannien noch im Krieg gegen Italien. Großbritannien hat jetzt Genua eingenommen. Ist da also auch noch ein Stückchen weitergekommen. Das heißt für Italien wieder das Verlust von einer Provinz, ja? Auch wenn er hier noch ein bisschen was von A nach B schieben kann. Wird nicht ganz einfach. Also da jetzt so eine große Gegenwehr zu machen, schwierig, ne? Zumal Frankreich und Großbritannien ja hier noch einiges an Truppen haben mit Geschützen und so. Da ist natürlich noch sehr viel drin und sehr viel machbar. Kommen wir mal nach Skandinavien. Also Schweden sammelt weiter Truppen. Norwegen ist derzeit ruhig, ja? Und Nordrussland fängt an sich komplett hier hinten aus dem Kampf gegen das Deutsche Reich zurückzuziehen und sammelt seine Truppen alle an der Grenze zu Pemkratz. Kann natürlich sein, dass er sich da überlegt und sagt, nö, ich hole mir das erst und schaue doch mal weiter. Wer weiß das schon, wer weiß das schon. Dann haben wir ja noch den Krieg hier mit dem Deutschen Reich Österreich-Rumänien gegen eigentlich Schweden, Nordrussland, Litauen, Russland, der Ukraine, Kaukasus. Ja, hier war ein bisschen Bewegung. Es ist ein bisschen was zerstört worden, ne? Wir sehen hier vorne die Eisenbahn, der Bahnhof ist hier weg. Dann ist das Eisenbahngeschütz hier weg. Hier hinten bezieht das österreichische Schiff Stellung, um hier hinten die Hauptstadt ein wenig runterzubomben, denke ich mal. Das könnte da nochmal ziemlich für Probleme sorgen, ne? Gerade wenn dann da alles kaputt ist und so, dann scheitert ja auch der Aufbau, etc. Der Kaukasus sammelt aber nichtsdestotrotz weiter Truppen. Ist ja auch entsprechend hier unten noch beschäftigt. Hat hier hier noch einen Trupp, den er gerade, ja, erfolgreich runter reduziert. Im Moment gegen, nee, nicht gegen Serbien. Hier gegen Rumänien. In Rumänien wurden da auch schon einige Verluste eingefahren. Aber Rumänien hat auch selber schon ein paar Verluste erlitten. Rumänien hat auch noch die Aufstellung Richtung Jassi. Kann natürlich durchaus sein, dass sie sich das sehr schnell wiederholen, ne? Und da dann noch ein bisschen was wegholen. Und die Ukraine bezieht auch Stellung nach A, nach B, ne? In der Hoffnung hier, das Schiff noch irgendwo ein bisschen erwischen zu können. Können wir mal schauen. Ja, 20 Geschütze, 149 Mann. Also da dürfte durchaus was gehen. Es könnte also sein, wenn er es schafft, hier wirklich alle rüberzuziehen nach Cershon. Dass dann das Schiff ziemlich flott hinfort ist. Dann haben wir hier oben noch ein paar Kampfhandlungen. Österreich ist jetzt hier weiter ja einmarschiert, ne? Ist vorgedrungen. Kaumas, Bialystok, Brest und ist jetzt dabei, Sidiče anzugreifen. Wird es auch höchstwahrscheinlich erobern. Dann sitzt die Ukraine hier noch in Zamosch. Sieht da aber auch nochmal Truppen von A nach B. Denn aus Lemberg sind auch nochmal ein paar Truppen da. Ebenfalls österreichische Kampftruppen, die dann Zamosch unter Beschuss nehmen. Das Deutsche Reich hat sich Königsberg zurückerobert. Und hat im Prinzip auch... Du bist denn deine Heerestruppe. Das bist du, ne? Da hinten ist die Deutsche Heeresgruppe. Die ist auch auf dem Weg nach Sidiče. Also ziemlich viel Bewegung, ziemlich viel Hektik und Stress. Also das ist... Wer hier letztendlich als Sieger rausgeht, das ist noch völlig offen. Da ist noch gar nichts geklärt. Ist ja auch immer die Frage, wie andere Nachbarn reagieren, ne? Also betrachtend den Krieg ist es natürlich für Großbritannien durchaus möglich, hier hinten etwas Stress zu verbreiten, ne? Was es natürlich jetzt hier Deutschland, Österreich und Rumänien etwas leichter macht, ist, na klar, dass sich hier Nordrussland komplett wieder rauszieht. Von daher... Ja, da hätten sie ein bisschen dranbleiben müssen. Dann hätten die nicht ganz so viel Atem gehabt und so. Dann hätte man da auch wesentlich mehr schon bewegen können. Also... So, bleibt abzuwarten, was die da jetzt so weiter veranstalten. Und von daher... Joach... Kann man da nicht mehr viel zu sagen. Werfen wir einen Blick in die Zeitung. So, haben wir noch ein paar Aufstände, ein paar Bauten. Ja, haben wir den Krieg hier. Italien gegen Großbritannien. Italien 15, Großbritannien 6. Noch ein bisschen gebastelt. Ukraine 57, Österreich 47. Kaukasus gegen Österreich 14 zu 6. Dann haben wir die nördlichen USA mit 97 gegen Neufundland mit 73. Österreich gegen Russland 1 zu 1. Dann haben wir Jassi. Ist das über Nacht gefallen? Habe ich das gar nicht mitbekommen? Ist auch am richtigen Tag. War doch gestern schon in der Hand der Ukraine. Muss ich gleich nochmal gucken. Ukraine jedenfalls 78, Rumänien 126. Dann der Krieg Arabien gegen West-Libyen. Arabien 32, West-Libyen 12. Der Krieg Nordrussland gegen das Deutsche Reich. Nordrussland 15, Deutsches Reich 3. Und der Krieg Kaukasus gegen Rumänien. Kaukasus 119, Rumänien 73. Dann haben wir hier noch ein paar Spione, die hier weggefangen wurden. Eine Revolte, noch eine Revolte. So, jetzt muss man mal gucken hier. Jassi. Jassi, Jassi, Jassi. Manchmal so viel los, dass man manche Dinge doch glatt übersieht. Jassi, ja, tatsächlich hier. 22.20 Uhr, also kurz vor Tageswechsel, hat Rumänien das Ganze erobert und die Ukraine hat es dann zurückgeholt. Okay. Das ist dann soweit erstmal der Stand der Dinge. Und dann würde ich sagen, machen wir einen kleinen Cut. Oh, wir sind wieder auf der Community-Karte. Also unten hat Österreich angefangen, die Hauptstadt des Kaukasus zu bombardieren. In der Zwischenzeit ist auch Siedece gefallen. Das ist jetzt auch erobert. Die Truppen verlegen weiter Richtung Bolina, um dort diesen doch relativ großen Trupp, der da drin steht, noch anzugreifen. Dann wird Jassi immer noch bombardiert. Hier hinten, Krišinau, wird auch bombardiert. Dann haben wir immer noch den Kampf hier unten zwischen Kaukasus und Rumänien. Da hat hier der Trupp des Kaukasus jetzt den Löffel abgegeben, möchte ich mal sagen. Ja, von daher, das sieht momentan hier echt gut aus für die drei, auch wenn sie selber einige Fluster einstecken mussten. Aber zumindest sind sie im Vormarsch. Es wurde auch Frieden geschlossen zwischen Deutschen Reich, Österreich und Litauen. Also da ist jetzt im Moment erst einmal Ruhe. Und dann kennen wir ja die Sachen hier. Nordrussland zieht ja hier oben seine Truppen zusammen. Schweden geht weiter nach Süden. In Großbritannien sind auch nur weitere Truppenverlagerungen. Das dauert jetzt natürlich alles ein bisschen. Genua ist ja erobert worden. Und jetzt geht es langsam aber sicher Richtung Bologna. Das wird dann wohl die nächste Provinz sein, die dann fällig ist. Spanien ist auch nur weiter am Sammeln von Einheiten, hat hier noch Artilleriegeschütze fertiggestellt. Sonst ist da auch nichts weiter passiert. Dann haben wir ja noch das Osmanische Reich, das ebenfalls im Krieg mit Rumänien ist. Und jetzt auch bald im Krieg gegen Westlibyen. Denn Westlibyen zieht seine Truppen nach Dana, um dieses dann anzugreifen. Ost-Algerien ist ebenfalls im Vormarsch und ist auf dem Weg nach Siva. Ich denke mal, das wird da auch recht zügig eingenommen werden. Und dann ist Ägypten hier noch so ein bisschen im Rückmarsch, im Rückzug Richtung Arabien. Arabien selber sammelt sich ja auch an seinen Grenzen. Da kommt es bestimmt auch noch früher oder später zum Showdown. Dann ist hier hinten im Bereich West-Algerien, Marokko derzeit Ruhe. Es wird halt noch ein bisschen was produziert, aber ansonsten nichts Dramatisches, nichts Weltbewegendes, was passiert ist. Südliche USA zieht seine Truppen zusammen. Die nördliche USA ist ja noch beschäftigt mit Neufundland. Die Truppen, die hier rübergeschickt wurden, die haben hier auch verloren. Die sind halt alle kaputt gegangen. Entsprechend müssen erst neue Truppen nachgesandt werden. Das dauert natürlich ein paar Stunden mit Ausschiffen, mit Einschiffen. Wir sehen es hier gerade zwölf Stunden. Ja, das ist schon eine Ansage. Vor morgen wird da nichts passiert sein. Kurzer Blick in die Zeitung. Da sehen wir hier den Frieden, der entstanden ist. Ein paar Ausbauten. Dann hier der Krieg. Nördliche USA, Neufundland 98 zu 73. Dann haben wir Rumänien, Osmanisches Reich. Da hat das Osmanische Reich richtig dolle verloren und richtig, richtig, richtig dicke Einen mitbekommen. Dann haben wir noch die Ukraine gegen Österreich, Ungarn 58 zu 47. Also da geht es jetzt heftig ab. Italien, Großbritannien 15 zu 6. Und dann haben wir schon mehr oder weniger ältere Nachrichten. Da ist in der Zwischenzeit jetzt nicht so viel passiert. Gab ja auch teilweise sehr, sehr viele Verluste. Also ich glaube, das haben sich hier hinten alle Parteien ein bisschen anders vorgestellt, wie es letztendlich abgegangen ist. Aber so ist das Spiel. Manchmal kommt es anders und zweitens als man denkt. Und dann würde ich sagen, schauen wir morgen wieder rein. Bis dahin sage ich Tschüss und Bye-Bye.